Hallo zusammen, ich bin David Städtler und wie ihr seht befinden wir mich fast im Wald. Und bei mir könnt ihr das Waldhorn lernen. Das Waldhorn ist wie ein Alphorn, einfach zusammengerollt, hochmodern und durchs Blech. Den Ton machen wir mit der Luft und seinen Lippen. Und dann haben wir einfach noch das Horn dran. Das Waldhorn spielt generell die coolsten Passagen im Orchester auf Film aus. Zum Beispiel diese. Lernen kann man das eigentlich schon recht früh, so ab der zweiten Klasse, wenn man es halten kann. Das ist allerdings noch recht gross. Und darum gibt es auch kleine Varianten davon. Das ist jetzt ein ganzes Kurs. Also, das ist das Waldhorn. Ich würde mich freuen, euch zu sehen.